erstmal hier angucken angucken ist das kenner kenner ist da reden wie können sie nach einem date fragen hey leute was gedacht bei euch und willkommen hier zu einer weiteren folge youtubers live wir haben 80.000 aufrufe 11.000 abonnenten und wir machen jetzt erstmal das gameplay video für unseren kumpel dieses spiel was eigentlich sehr schlecht ankommen wird oder was sehr schlecht ankommen wird punkt also ich weiß auch nicht warum er unbedingt dieses spiel sehen möchte aber immerhin kriegen wir dafür ein bisschen geld von ihm und deswegen machen wir das ladespiel ok winkt eine begrüßung hallöchen ich bin natürlich ernster und lustiger und lustigen kommentar du hast ein verstecktes item gefunden da würden was sage ich einmal was schreien einfach mal los und spiel intro lustiger kommentar perfekt ich denke mal das video kriegen war gut geschnitten ja was in ordnung kein roter punkt also perfekt farbe zu dann weicher fokus und dann raus rennen interesse liegt bei 48 das geht ja gerade so noch inhalt neuer rekord nachbearbeitung neuer rekord und heute geht es ja auch zur gamescom quasi zur game world bin ich gespannt was wir da machen können obwohl ein vlog machen können das haben wir ja in der letzten folge freigeschalten ab gehabt und wir gehen jetzt erstmal lernen weil am ende des monats steht natürlich wieder eine prüfung an und die müssen wir bestehen dann kriegen wir ein bisschen kohle von mama ergebnis anzeigen 20 dollar ok das video lädt immer noch hoch dann geht jetzt gleich noch mal hinterher lernen also schön lernen leute das ist wichtig wichtig für das spätere leben obwohl für uns nicht weil wir werden youtuber beziehungsweise wir sind youtuber aber noch leben wir bei unseren eltern beziehungsweise bei unserer mutter und das video lädt immer noch hoch deswegen geht jetzt erstmal essen das war hier den essensbalken wieder vollkriegen um die zeit ordentlich zu nutzen weil jetzt im anschluss du hast das video hochgeladen jawoll guck mal wie viel kohle wir bekommen formelle begrüßung alles klar und wir machen jetzt gleich noch ein video aber nicht von diesem spiel das verkauft man nämlich für 57 sondern wir machen ein video von counterstreet gameplay unser erstes gameplay von von counterstreet sehr cool aufgabe abgeschlossen fortsetzen kann dass die gameplay 1 und los geht's er setzt sich an den pc hier die aufgabe schau mir beim spielen zu du startest die aufnahme begrüßung hallo ausschnitt lustig jawoll das lange erwartete spiel little k wurde okay für die konsole das spiel hängt sich auf mörderischer blick jawoll das wird mir richtig geiles video hier aber es war vorgegeben also unlustig oder sarkastisch ich würde sagen sarkastisch leute das wird ein geiles video das letzte konnte ich nichts anderes auswählen ne das müssen wir nehmen ja ne ja okay wir müssen mit einem roten punkt leben und rennen dann und die mutter ist dann wieder drin auch ne sie meckert wieder sie meckert wieder sie meckert wieder ne das ist nicht die mutter ups das ist doch nicht unsere mutter und das ist eine party einladung schon wieder nein ich habe anderes zu tun gestohlenes video übergang ins schwarze er schläft jetzt erstmal ist es ist nicht morgen ne am 10 februar okay dann kann er davor noch mal lernen gehen würde ich sagen das lang erwartete spiel planet ne wir müssen erstmal bei im online store gucken nach dem spiel ach so das lädt hoch also geht er jetzt doch lernen er geht doch lernen er geht doch lernen und leute brust solange er lernt kann ich hier ein schlückchen aus der wasserflasche nehmen und wir knacken jeden augenblick die 100.000 aufrufe ist das nicht geil ist das nicht geil aber jetzt erstmal ach so das lädt ihr immer noch hoch lernen nochmal gleich nochmal hinterher dieses haus wird eindeutig zu klein für dich solange du hier lebst wirst du keinen keine neuen erfahrungen machen okay dann müssen wir uns einen kumpel suchen mit denen wir eine wg machen wen haben wir denn hier kenner was kann die super ich bin mir sicher er wird das poster mögen nice lifestyle youtuberin kenner ok dann würde ich sagen lade ich die einfach mal ein oder einladen die kenner da kommt sie auch schon da kommt sie auch schon die kenner vielen dank wie geht es dir mir geht es gut so reden einfach mal sehr gut und dann einfach mal ein geschenk geben blumen sehr cool dann flirt mal gucken wie das an kommt okay sie ist okay sie scheint nicht so begeistert zu sein aber ich gehe jetzt zum event da ziehen wir uns einfach mal ein schlechtes t-shirt an schwarze hose die abo red sneaker bleiben an und zum event gehen so gehe ich zum event ganz schlecht und einfach und kenner setzt sich einfach an meinen pc wenn der pc kaputt ist kenner ne ich sag dir was guck mal was kann er jetzt hier machen kann er ein vlog machen oder so vlog aufnehmen unser erster video winkt eine begrüßung ist das nicht geil du realisierst dass das bild verschwommen ist äh unlustig mhm du redest über ein super spannendes thema da singen wir einfach mal die batterie in der kamera ist leer sarkastisch jawoll das hat gepasst du bist dabei die kamera auszuschalten kannst aber die taste ja cool der text geht nicht weiter tschüss geil habe ich ein vlog für zuhause aufgenommen perfekt erstmal hier erstmal angucken angucken ist das kenner kenner ist da reden wie können sie nach einem date fragen ich will mit ihr zusammenziehen wg hast du die neue hast du die neue pc gesehen ich kann es kaum erwarten sie auszuprobieren hast du neue pc gesehen so aber kenner kennen wir ja schon was ist hier mit ok da ist kein youtuber otto otto ist auch kein youtuber eve oder keine ahnung kailin gaming hier müssen mit madalyn reden madalyn madalyn nina was kann nina ist sie ist sie kann für uns kochen ne spaß madalyn wir müssen die ganze zeit mit madalyn reden madalyn wenn er mit der zusammenziehen können zusammengegeben das machen ist das nicht der oberknoten da dieser moment wenn diese als tusten moment fällt mir ein arzt wenn wir können uns jetzt bekannte nennen vielleicht sehen wir uns den nächsten jahren zwei zwei haben wir ihnen,</ die uns das martin aphor vorbei. Zwei Minuten kann ich jetzt hier noch auf dem Event bleiben und ihr kennt ja Kenner. Wenn ihr wollt, dass ich in der nächsten Folge Kenner nach einem Date frage, dann schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Entweder Mara Lün zusammenziehen, weil sie ist Gaming YouTuberin oder mit Kenner zusammenziehen, weil ich glaube, wir kannten uns schon vorher. Level Achtil und sie ist Lifestyle YouTuberin. Das würde mich mal interessieren, weil ich möchte euch mitentscheiden lassen, weil ich habe jetzt hier die verlieren Abonnenten. Ja, ja, ich weiß, dass ich ein Vlog, der wird so durch die Decke gehen. Ich sollte auch ein bisschen mitentscheiden hier in YouTubers Live. Ich war früher auch mal ein YouTuber wie du, doch dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Okay, sie bekommt einen Pfeil ins Knie. Alles ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal. Kaufe Nontindo Game Toy. Wie teuer ist denn der? Guten Abend. Willst du einige exklusive Produkte bekommen? Okay. Bekomme bei einer von 1000... Wie, ich kann jetzt hier spielen und welch 1000 Punkt? Scheiße, ich habe nur noch eine Minute. Was muss ich machen? Start? Ach. Nein. Deum, deum, deum. Schneller, schneller. 30 Sekunden noch. 750 Punkte haben wir aktuell. Ey. Ja. 1000 Punkte. Und eine Sekunde habe ich hier noch, Bobby. Ey, ich kriege jetzt, ich kriege jetzt. Ey, hol den Preis ab, hol den Preis ab. Nein. Ja. Wie? Wie? Ich habe doch 1000 Punkte. Nein. Ich war zu spät. Ich habe mich zu lange mit der... Ähm, unterhalten da. Mit Madeline. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich wollte dich fragen, ob du mein Mitbewohner. Wer willst, die Wohnung hat ein viel größeres Zimmer. Das... 160. Ich würde sagen, das machen wir auch in der nächsten Folge. Jetzt mache ich erstmal... Also Kenner. Ich würde sagen, die fragen wir in der nächsten Folge erstmal nach einem Date. Dein zu Hause. Okay, da können wir umziehen, wenn wir da klicken. Aber erstmal geht da jetzt was essen und dann machen wir noch ein Video. Beziehungsweise, wir kaufen erstmal denn das neue Spiel. Planet Cutter. Beziehungsweise schneiden. Ey, wir müssen noch das... Wir müssen noch den Vlog schneiden. Wie mache ich das? Wo ist der Vlog? Ich mache jetzt mal hier Counter-Streak noch ein Video. Und wo mache ich den Vlog? Hier, wo ist das? Hier, da. Perfekt. Erstmal kaufen wir. Wir haben genug Money. Money, 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 Money. Und jetzt nimm ein Video auf. So, perfekt. Fortsetzen Counter-Stream Gameplay 2. Und da ist ein Paket. Was ist in dem... Achso, das Spiel. Ich habe gerade ein Spiel bestellt. Was ist in dem Paket? Okay, da haben wir auch. Perfekt lustiger Kommentar. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Professioneller Kommentar. Oh. Das kommt sehr gut an. Zusammenfassung des Spiels. Sarkastisch. Oh, shit. Das wird der beste Zusammenschnitt eines Videos hier. Winkt in der Farbschule. Tschüssi. Der Donutzt ist weg. Weiter. Also jetzt noch schnell schneiden. Das Video. Oh, shit. Leute. Nur Grüne. Das Video geht durch die Decke. Ich sage euch das. Und wie kann ich den Vlog schneiden? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Nachbearbeitung. 555. Neuer Rekord. Sehr geil. Ich mache jetzt das Paket noch auf. Es sieht so aus, als wäre es an der Zeit. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich ausziehen kann. Und wieso? Was macht der denn jetzt da? Was lachen die denn da so? Ich weiß, dass ich ausziehe. Demnächst. Ach, jetzt muss ich sofort ausziehen, ey. Ja, okay. Akzeptieren. Dann ziehe ich jetzt aus. Und ich würde sagen, ich pausiere jetzt. Und das gibt es in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, gibt ein paar Däubchen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.